Hallo Leute! Und jetzt habe ich mich so ein bisschen beruhigt, sodass mein Gehirn nicht mehr so gaga ist. Und ich jetzt ein bisschen besser drauf klarkomme, dass wir gegen Dinos spielen. Nein, dass ich Dinos kürt muss. Sorry, tut mir leid. Ich wollte außerdem noch eine Sache ausprobieren, ob das auch mit Controller geht. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Versuch es einmal und wenn es nicht klappt, dann bin ich traurig. Muss sechs dieser verdammten Viecher kürzen? Nee, schade, es geht nicht. Ich habe dafür eine Minute Zeit, ey. Eine Minute und 30 Sekunden ungefähr. Ey, ich kann die bitte auch hören, sich zu bewegen, Alter. Was? Wieso bin ich blutig? Hilfe! Diese Viecher greifen mich glaube ich an, oder? Ja. Diese Viecher greifen mich an. Ich dachte, das soll die nicht, ey. Ist stark. Diese Viecher greifen mich einfach an, Leute! Da hat meine Kriegsbemalung nicht mal geholfen. Kann auch sein, dass ich einfach zu schlecht für dieses Spiel will. Diese Viecher greifen mich an. Diese Viecher greifen mich an, Mann! Das hat richtig weh getan, hier. Kann ich dir vielleicht eine andere Waffe nehmen? Hier sieht so ein Frag aus. Habe ich mir gerade gekauft. Auf santi-bioz-shop.de, ne? Kauft mein Merch, verdammt nochmal. Nein, Spaß. Abonniert auch gerne, wenn euch solche Games gefallen. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, es werden immer mehr Viecher. Hä? Wie habe ich das denn nicht getroffen? Scheiße, die kommen! Sie kommen wieder! Sie kommen wieder! Sie kommen wieder! Sie kommen wieder, Leute! Sie kommen wieder! Leute, seht ihr? Deswegen lasst mich eure Knochen-Drops hier machen. Aber haltet euch von diesen Dinos fern. Aber vom hohem Gottesnamen greifen wir nicht an. Ach Mann, jetzt lasst mich doch in Ruhe! Hä? Es war nicht mal in so einer Zone, dass sie mich... Ich will jetzt erstmal gucken, wo, zur Hölle die mich angreifen! Ich habe 1 Minute 50 Zeit. Alert to survive. Alert. Was heißt Alert? Also, Santi, der Experte, hat natürlich wieder sein Handy da. Um zu gucken, was Alert heißt. Warnen. Also, ich muss stehen, um zu überleben. Jetzt klappt es ganz gut mit dem Stehenbleiben. Wie? Zur Hölle, hat der mich jetzt getroffen? Vielleicht sollte ich jetzt stehen bleiben? Ach so. Hey? Oh mein Gott. Leute, meine Zeit wird knapp. Ich bin kurz vorm Sterben. Aber ich muss dieses Video noch zu Ende schneiden und so. Also, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Tschüss. Und noch eine Sache. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich diese Gack, wie ich eigentlich halten kann. Ciao! Bis zum nächsten Video. Tschüss! 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 Kannst du SNIAS� backern?